Da ist niemand Wir müssen nur kurz durch deine Wand Aber beschwert sich, wenn wir durch deine Wand gehen, ne? Ja, jetzt weißt du, wie das ist Das ist ein anderes Zubaus, juckt mich das nicht Penis Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft gestrandet Season 2 Wo hatte ich gerade Troubled in Terrorist Town im Kopf? Weiß ich nicht Geil, ey Mach mal, wie ist denn so ein... Der Eingang ist eh bloß Übergangsweise Ja, mach mal hin da, ey Dann kann ich da wo rein Ich bin kein normaler Mensch wie ihr, das ist langweilig Kannst du über Wasser laufen gar nicht? Ja Wer kann es von euch, ey? Keiner, ne? Ach so, by the way, mittlerweile alle außer Daniel Und du ist es gemutet Ist er nicht, aber der redet einfach nicht Echt? Ach so Ich seh das nicht, ich habe ja keinen zweiten Mund Aufgemacht Alter, ich bin kein Bonus Sicher Ja, Sicky Weiß ich brauche ein paar Wait, wait Daniel hat doch unter sein Glasdienst Da hat er Wasser, warte mal Ist das Wasser jetzt auch zu Eis, wenn ich nur über das Gas drühe? Jawohl 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 Ja, jetzt hat deine keinen Boden mehr, wo er auf Wasser sieht, sondern wo er auf Eis Ja Wie sag ich da so viel? Oh man Ist alles Müll teilweise Brauch ich auch nicht Jetzt ich mir die Frage, wie die gekonstruiert ist Gut, dass es in dem Spiel keine Physik gibt, ganz im Ernst Ah, da kommt noch Wenn ja, dann bricht die ganze Kaparatur hier zusammen Ja und du hast es jetzt herausgeführt worden Willkommen Auf nächstes Update jetzt mit dem Physiks Hey, welcome to Wrestlemania Miau Ja Meine Katze macht die ganze Zeit Miau Meine Katze macht die ganze Zeit Miau Haben Katzen so an sich Ist ja ein Ding Wenn sie Wucht machen würde, würde ich nur Glück machen Ey, die Katze ist ja schon groß geworden Was denn? Doch dämlich! Äh, das ist nicht die Katze eigentlich Hä? Wo kommt der denn her? Das frage ich mich aber auch gerade, weil eigentlich sitzt man die Katze da Eigentlich sitzt man die Katze da Wo, was, warum? Wo kommt es her? Komm her du dämliches Viech Das ist doch dämlich Boah, gegen den Stich Boah, gegen den Stich Er ist es kaputt Ja Vor allem kaputt Kaputt Der hat die Katze kaputt gemacht Der hat's kaputt gemacht Noll Doll, du hast dich gerade durch die Wand teleportiert Du hast dich gerade gerade auch teleportiert Das war lustig Hauze 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 hab ich gesagt Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Da ist niemand Wir müssen mal kurz durch deine Wand Aber beschwert sich, wenn wir durch deine Wand gehen, ne? Ja jetzt, jetzt weißt du wie das ist Das ist so lange du es zubaust, juckt mich das nicht Achso, ja wenn es zu ist Ach, das war der falsche Waffe Naja, egal Oh, leil Scheiße, hab ich eigentlich vorhin gehabt Äh, du hast einen anderen Ruppenblock Könntest du Ja Fuck you! Äh, glaub ich denke ich kann du Ja Ich weiß nicht, ich hab kein Holz mehr im Ernst Ernsthaft? Äh, du willst du diesen coolen Gereingang da unten weg gemacht? Ähm, ja Der weiß dann natürlich da, ne? 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 Ja, hier link, zweite, unten links Guck mal am rechtstieg auf dem Block Hier Der hier Das ist so ein, guck mal So ein Secret-Ding So ein Secret-Ding Wenn du das Fuck you Nein, ich Letztes Mal Und damit war auch wieder zu rechnen Wenn du das nämlich jetzt da hinsetzt Flupp Nimm das die, äh, Form von den Steinern Und so ist halt Ist halt ein Knopf Hat die Funktion vom Knopf Das Das ist halt der Der Gang, wo ich dann hier stand Wo du da Ja So weiter hat das Mehr hat das noch nicht mehr Funktion Ich mach das Ich mach das Eicht einfach Wow Hör doch meine Maul Ey, das wollte ich grad abbauen Was für ein Kackfugel ist hier schon? Hä, komm mal her Ja, du da oben, du Einig da drin Hör auf dich zu bewegen Dann lass ich's eben Einverschwind Willst du hier rein? Nee Soll ich gleich die Tür einbauen? Ja Das wär natürlich sehr extremst vereinfacht Glaube Das ist ein guter Plan Na, Chris, ich glaub du bist schon übers Wasser gelaufen hier, scheiß Was? Nein, sowas mach ich nicht Was der ganze See ist Eis, aber sowas mach Stefan auf nem Burgbaut, ist ja der Wahnsinn Das ist wirklich platzhaft So nirgst gefährlich, du ist ne? Ist mir bewusst Na, wenn sie meint Nippst du überhaupt schon auf? Ja, ja Seit, seit, seit sechs Minuten Die Ansage war Penis von Basti Was ist üblich, ey? Jupp Ich mach mal eine Strip-Tour, will wer mitkommen? Hi! Soll ich mir runterschoppen? Äh, willst du mit irgendwie auf irgendeine Reise? Ja Alter! Ey Du Hurenwurst Wo ist das jetzt? Wieso seid ihr in meinem Haus? Baaah Guck mal an Ach, Basti wolltest du selbst da Grillen hinmachen Hast du dir ja schon alt, den hab ich schon gebracht Ja, das Da hab ich ziemlich Paranoia von gekriegt Warte mal, ich bin nur kurz Ey, ich wurde da runtergeschoppt Mhm, ja Na ja jetzt Sag mal, mich, äh Ich bin hier noch, wer im Namen war Ich bin hier noch kurz meine Büsche fahren Jaja Warte Ach, Basti hat er denn eigentlich, die gibt's hier fahren Äh, zack Ich rufe dir jetzt noch Miau Ah, ich bin ready Oh, wisst'n Also ich bin hier bei Basti's Farm hinten Und du hast den Sack gespielt? Ja, äh Ich komm gut Da oben hängt einfach eine Baumkrone in der Luft Da ist wohl die Spitzsacke im Arsch Na dann, mal gucken, wo sie mich hintreibt Ah, Hauptsache Hauptsache der Stein ist mit Hauptsache der Kraftstein ist mit in der Luft Ach du, das geht denn nicht mehr so? Also hinten links war ich schon Da ist nicht mehr viel außer Wasser Ich mein jetzt nicht, dass ich ein Problem hab damit, ja? Äh, Moment Dann geh mal hier nach Dann geh mal hier nach Äh, hier war ich auch schon Hier hinten ist dieser Meteora eigentlich Oder war dieser Einschlag? Da muss die ganze Welt ja erstmal aufbauen Äh, dieser Eisgebiet Da geht's doch bestimmt noch weiter, oder? Äh, gibt's noch so Roten Sun-Dings da, Wüstengebiet Ich glaub sonst nix mehr Da redet das doch, da waren wir schon mal Auf jeden Fall hier ist der Fein Da ist dieses kleine Geburt Wo die gute Spawner drin war Da war ein Mini- Ja, da war ein Mini-Spawner drin Boah Ja, da ist es eigentlich Ja, da ist es eigentlich Stimmt, hier bin ich rausgekommen Als ich in diesem Teleportationszeug war Und da hier, da links ist der rote Berg Da hab ich nämlich den roten, den roten Kapiston hier Was ist denn? Stimmt, hier war ich dann schon Johannes? Ach, das ist du du hast, ne? Was weißt du? Du hast mir jetzt die Grill irgendwo platziert Hahahaha Irgendwie warst du hier nicht richtig Was sonst hast du denn mit der Leute? Ne, ich bin hier links weitergegangen Ne, ich bin hier links weitergegangen Ich bin hier weitergegangen Ich bin, ja doch, da bin ich auch Und da bin ich da rechts, äh, rein Nee, da rechts bin ich ja nicht Ich bin ja links Auf dem Sprit ist du? Gute Frage Ich bin halt Na, what the fuck Ja, da hinten rechts drin war das Ja, da, da hinten rechts drin war das Ja, da geht's doch bestimmt, warte 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 Ja, da hinten geht's, lass ich mal hier hin Wie lang wir Seid ihr? Eisbjom Wir sind schon weg Ok Polarbeer Oh, guck mal, Wasser Achso, Fakt ist es ja Das fließendes Wasser Oh Ja, ne, fließendes Wasser hab ich auch kein Problem, aber das hat Viel Spaß damit, Johannes Oh Ja Jetzt hab ich schon zu zweit mal diese Grillen im Haus, ey Hehehe Du hast es ja nicht anders gewollt, ne? Ja, hier war das, hier hab ich das ganze Zeug abgebaut Pfff Ja, lol Da fand ich grad wenig Da sieht man Ja, da ist ein Schiff Ah Plündern Ja Keine Sorge, ich mach uns den Weg Das, das ist ja dann praktisch Jo, stimmt Dahinter ist ein Turm Wo? Dahinter, äh, ja, ich... Karma is a bitch Karma Was ne Scheiße, Chris Ich glaub ich bin auf Chris Balkon aufgeklatscht Ich bin voll auf deinem Balkon aufgeklatscht Ey, da nehmst du doch nen Sandturm, jetzt richtig viel Da ist was drauf Ja, da ist ein Pirat drauf Kein einziger Da kann ich jetzt auch drüber Da ist noch drinnen einer Ja, das ist noch grün Na, blo 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 blue Ja, das könnte nicht angreifen wenn' sie solange dies nicht tun Der guckt uns schon an Ja, OK, die sind sauer die gehen auf dich los wie viele sind das denn auf einmal doch schaden von meinen eisdingen was denn der hat sich ein boot gespart und wollte der wollte die fliege die fliege machen der arsch was war es jetzt oder was war ein kleiner chef es gibt aber auch riesige muss ich mich sagen gehen wir da hinten in einer der beiden türme da links ist ein sandturm, da rechts ist ein steinturm warte mal da hinten ist auch noch was ja ja das ist irgendwas da hin ich bringe mal springe einmal dann kannst du irgendwie hast du mach mal so jump sprünge aber dann kann ich vielleicht nicht herlaufen genau ja irgendwie das ist doch scheiße toll wenn ich etwas draufbauen will da halt aufhören da unten runter zu fallen also ich weiß ja nicht was du für probleme hast ich will ein boot ich hätte mir das boot von ihm abbauen sollen eben jetzt ist auch egal das ist in der tat ist hier irgendetwas besonderes ich hab da jetzt natürlich warte mal bist du so zack ich bin hier grad irgendwo im dschungelraum ach mensch ich kann ja lange unter Wasser auch immer atmen da war deine Burg brennt so zack deine Burg sie brennt ach komm nicht im ernst oder was ist alles du ist ich was aber kristen balkon doch jetzt čin ist gerade irgendwer in der hölle oder so ja es ist ein nix für könntest du da vielleicht mal raus gehen ich hab noch einen gut bei dir die schießen nicht gegenseitig ab vorsicht luis die dinge sind immer noch aggressiv toll was für dinge blöde an also hab einen ne die pigmente ja nicht aber die garste hab den anderen hier ist nur mehr drin also mich hat vorhin ein zombie einfach so ein gut bei dir warte du gehst ein ich halte oh gott ja wo kommt die alle her gehen wir zu johannes hier hoch ja ich hab dich gehauen kuss guck mal was die da eingebaut hat hier 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 essen brauche ich glaube was war denn das grüne da war das Maurwiendes hörst du das? er hat dich weh ja er glänzert ist ja nicht so dass es dass das ist das schon gemacht hat der ist ausgelutscht ja das ist bei mir gemacht hat war mal wieder mülllos werden da oben gibt es jetzt richtig viele neue 1 getet auftat ohne spinne ja die sind da dir runtergefallen die ist vor dir vor dir nicht hin wir fallen alle runter die wichser hör dir komm du bist scheiße ah da darf ich hin das war nur sein das war meine ein boss ich steck fest ich steck fest ich steck fest ich steck fest ich bin raus Teile mich doch, du Arsch! Ich bin weg! Ich bin hinter dir! Der Rock!